Das Justizministerium startet am Dienstag eine groß angelegte Informationskampagne. Menschen, die Opfer von Gewalt oder Hass im Netz geworden sind, werden über die bisher eher zurückhaltend genutzte Möglichkeit der kostenfreien psychosozialen und juristischen Prozessbegleitung aufgeklärt. Eine neue Info-Website und der Opfer-Notruf werden als erste Anlaufstelle angeboten. Justizministerin Alma Sadic von den Grünen will die Unterstützungsangebote besser bekannt machen, denn Menschen, die Opfer von Gewalt oder Hass im Netz geworden sind, seien in einer besonders schwierigen Situation. Mir ist wichtig, dass die Betroffenen wissen, dass sie in dieser Situation nicht allein sind und die Justiz sie durch kostenlose psychosoziale und juristische Prozessbegleitung unterstützt. Sie müssen die außerordentlichen Belastungen, die Strafverfahren etwa durch die Konfrontation mit den Tätern oder Täterinnen mit sich bringen können, nicht alleine meistern, unterstreicht sie. Mit Dienstag geht die Website www.hilfe-bei-gewalt.gv.at online, auf der alle Informationen zur Prozessbegleitung, den vermittelnden Stellen in ganz Österreich sowie Kontaktmöglichkeiten zum Opfer-Notruf zu finden sind. Der Opfer-Notruf mit der Nummer 0800 112 112 ist das zentrale Element der Kampagne. Er fungiert als Kontaktpunkt zu den jeweiligen Prozessbegleitungseinrichtungen. Bekannter gemacht werden soll die kostenlose Prozessbegleitung auch über Social-Media-Werbung, Schaltungen in Infoscreens in öffentlichen Verkehrsmitteln, bei Ärzten oder in ausgewählten Online-Spielen. Mit einer Influencerinnen-Kampagne versucht das Ministerium, die Zielgruppe direkt zu sensibilisieren. Und schließlich gibt es auch noch klassische Postwurfsendungen an alle Haushalte in Österreich. Die Frage der Ahndung von Hass im Netz-Taten wird aktuell nach dem Suizid der Ärztin Lisa-Maria Kellermeyer nach Online-Anfeindungen diskutiert. Die ÖVP plädiert dafür, eine eigene Sonderstaatsanwaltschaft einzurichten. Zaditsch, die Staatsanwälte selbst und andere Parteien lehnen dies ab und plädieren dafür, bestehenden Einrichtungen von Polizei und Justiz mehr Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Zaditsch, die sich in den nächsten Jahren in der nächsten Jahren in der nächsten Jahren in der nächsten Jahren aufgenommen.